Schaut mal, wie er sich rücken muss. Nicht so rückerbar. Verarmen, weil ich bin so klein. Ich bin schnell blöd. Aber guck doch, entspannt. Meine Liebe. Okay, wir sind angekommen bei dm. Max, ich hab dein Kissen vergessen. Mist. Müssen wir wieder zurückfahren. Gibt's doch kein Live-DM-Hall. Nicht so witzig. Der Max macht mich jetzt schon fertig. Jetzt sind wir gerade erst angekommen. Heute gibt's ein Live-DM-Hall-Challenge. Wir haben uns gerade ganz kurz gestärkt bei dm. Äh... Beim McDonalds. Ja, wir sind ehrlich mit euch. Da hinten liegt auch noch die Tüte. Wir hätten es auch verstecken können. Für mich gab's aber einen Veggie-Burger. Also, das war ein langes Intro. Wir gehen zu dm. Ohne Kissen. Wart, Max, damit ich nicht glänze bei dm. Ist Ihnen gut? Magst du zusammen? Ja. Komm. Jetzt. Einen. Einen. Ein Oil-Paper. Ziem gut. Ja, zack. Ich glänze willst, dann schmink dich halt nicht. Richtig. Richtig. Genau, richtig. So, rein und gehen jetzt. Gut, dann schmink ich mich halt nicht mehr. Brauch ich auch nicht zum dm zu gehen. Mach das mal kurz. Ich zieh meine Jacke aus. Okay, aber jetzt gehen wir wirklich zum dm. Max hat schon das Auto zugemacht. Los geht's. Was macht ihr da? Perfekt. Here we are. Der Alessandro liest die erste Frage vor. Also, los geht's. Jeder von euch nimmt sich ein Produkt aus dem Lebensmittelregal. Und aus diesen drei Produkten müsst ihr ein Gericht kochen. Okay. Wer schreibt das? Natia-161. Okay. Los geht's. Ich weiß, was ich hole. Ich hole die. Ach so. Wer nimmt dasselbe wie ich? Ich hab meins. Ich versteck's hinter meinem Rücken. Ich glaub, wir dürfen uns nicht absprechen. Der Lessi sucht noch. Hast du das schon, Max? Ja. Nicht bei den Süßigkeiten. Das hast du nicht zu meinem. Okay, der Lessi hat's auch. Was hast du? Sollen wir dir jetzt alles zeigen? Oh nein! Kuchen's Blocke. Ich hab für Linsen-Burger. Orientalisch. Ja, das wird total lecker. Nee, schmeckt allein so geil, ja. Mehrere Küsse willst du kaufen, ja? Ja. Von Bilou. Okay, nächste Frage lese ich vor. Okay. Also, von der Adeln-Fanfall95. Kaufe dein Lieblingsprodukt von Balea. Okay. Los geht's. Hab ich schon eins im Kopf. Für die Haare. Also, eigentlich hatte ich jetzt grad so ein Spray im Kopf, das für die Haare eben ist. Und das verleiht so ein Glanz. Das ist eigentlich so eine braune Verpackung. Oder, ja, Flakon. Ich find's jetzt hier nirgends. Ich nehm jetzt einfach mal das mit. Das teste ich jetzt auch sehr gerne mal. Okay, nächste Frage. Lies der Letzi wieder vor. Nee, schneid ich nicht raus. Kaufe für jedes deiner Kinder ein Balea-Produkt. Okay. Na gut. Dann nehm ich für den Moritz Haarspray. Das ist nämlich sein liebstes Haarspray vom Balea. Das sind wir schon. Moment. Hier ist es. Was nehmen wir für den Max? Ah, für den Max geh ich zum Duschgel. Duschschaum. Da such ich dir was Tolles raus. Das ist immer geworden. Ich hab's schon verstanden. Okay. Dann veräppel ich jetzt den Max und nehm ihm was Rosanes mit. Oder was? Pinkes. Pink oder rosa. Was könnte ihm besser gefallen? Nicht? Ich glaub. Ah Mist, jetzt kommt er grad. Max? Ja? Was magst du denn lieber? Pink oder rosa? Äh, rosa. Dann nehm ich ihn pink mit. Hey Chi. Für den Lucky nehm ich das mit. Der mag das nämlich voll gerne. So wie ich. Und das nehm ich meinen Kindern jetzt auch noch mit. Ja. Für unter die Dusche. Dann Lassi nehm ich jetzt mal das von Balea mit. Eigentlich hat er immer das hier. Zusammen mit Max. Aber jetzt testest du mal das. Ist das okay? Ja. Wer hat denn die Frage eigentlich gestellt, Lassi? Müssen wir noch vorlesen. Wie hieß es? Nele H1. Nele H1. Genau. Okay. Achtung, der jetzt kommt. Ach, das ist dein Kissen oder was? Da kannst du als Kissen verwenden. Ruh dich aus. Der ist ja wieder total müde, der Max hier. Der Max wirft hier mit Zebra. Max, das darf man nicht. Da kriege ich Ärger. Spielen verboten im DM. Also nächste Frage. Iris56. Hört jetzt auf. Geh vom Eingang 10 Schritte und nimm das zehnte Produkt von der ersten Reihe. Hab dich lieb. Grüße aus Österreich. Okay, dann machen wir das. Gehen wir zum Eingang. Okay, 10 Schritte und jetzt von der ersten Reihe das zehnte Produkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, was ist es? Eine Zahncreme von Lavera. Oh mein Gott. Ob die was ist? Naja, wir testen es. Ich habe halt echt voll vergessen, mein Kleid zuzumachen hinten, weil ich nicht hinten bin. Mein Kleid hinten ist offen. Max, machst du mal mein Kleid bitte hinten zu? Ja. Ach, lassen wir es offen. Ist egal. Zieht man ja nicht. Also nächste Frage. Ich kaufe etwas für Bella. Okay, für Bella. Ja, wir sind ja schon hier in der Tierabteilung. Okay, dann sucht ihr was aus für die Bella. Und hört auf, mit diesem Zählpaar rumzuwerfen. Also, was nehmen wir für die Bella? Was Leckeres, da freut sie sich. Immer so schön, dass ihr auch an die Bella denkt. Das kann schon ein bisschen was Größeres sein. Schutz vor Flöhe und Zecken. Die Bella hat keine Flöhe und keine Zecken. Ist aber für Katzen, Schatz. Okay, dann nehmen wir das mit. Da freut sich die Bella. Okay, was gut für Katzen ist, kann ja auch nur gut für die Bella sein. Warum lachst du so, Max? Okay, ich brauche hier übrigens noch was für meine Küche. Whiskas. Okay, ich verstehe. Ich nehme mal das mit. Der Max hat gemeint, der hat Ahnung, der Typ. Der da drauf abgebildet ist. Ja, der ist weise. Ich hatte nämlich eins von Frosch und das war richtig schlecht. Für die Arbeitsplatte. Deshalb nehme ich das mit. Ich ziehe das Ding jetzt erstmal wieder an. Hast du das jetzt kaputt gemacht, Max? Nee. Gut. Doof. Sag mal, das kenne ich gar nicht. Da kann man dann so dran riechen. Riech mal dran. Häng mal deine Nase ran. Komm schon. Sei nicht so. Danke. Nächste Frage. Der Lassi liest wieder vor. Ja. Hey, suche ein Produkt, welches 3,75 Euro kostet. Kannst du mich grüßen? Heiße Jule. Hallo Jule. PS, du bist einfach die Beste. Oh, danke. Hab dich lieb, steht noch da. Ja, okay. Für 3,75 Euro. Der Max schläft wieder eine Runde. Okay. Also, der macht's nicht fertig. Okay, Jule, schau mal. Ich nehme das Shampoo hier mit. Das kostet 3,75 Euro. Der Max macht wieder Spaß. Jedenfalls hatte ich euch das auch in meinem DM-Hall gezeigt. Allerdings hatte ich die kleine Version mitgenommen. Und dann nehme ich halt jetzt die große Version mit. Das finde ich nämlich richtig gut. Hör auf zu schlafen, Max. Also, ich habe den Max mal kurz für euch aufgeweckt. Und er liest jetzt die nächste Frage vor. Max oder ein Schminkprodukt für dich aussuchen. Liebe Grüße, Vanessa. Okay, von der Vanessa, Monsters. Ja, dann leg mal los. Ja, machen wir los. Suchst du mit dem Max auch aus? Okay. Nee, das stand für Max. Okay, nur der Max. Man muss das Ganze ja auch wirklich ernst nehmen hier. Ja. Okay, er bewegt sich schon mal in die richtige Richtung. Zu den Schminkprodukten. Das ist dun. Nee, oder? Doch. Die neue Palette von Marvin. Den habe ich auch schon getroffen bei Essence. Jetzt will der Max mir das mitnehmen. Da ist sogar ein Einhorn. Aber ganz ehrlich, ich habe mir jetzt erst eine Palette gekauft. Und zwar die Naked Heat. Und deshalb lassen wir die jetzt da. Ich hoffe, dass der Max mir noch was anderes aussucht. Max, bitte was anderes. Danke. Okay, Max ist jetzt beim Nagellackeregal. Mhm. Voll schön. Es ist geschwungen. Es ist geschwungen. Ja, es ist geschwungen. So sieht es jetzt aus. Der ist voll schön. Sieht man gar nicht so. Den nehme ich auch nicht. Den nimmst du aber nicht. Okay. Du willst mich ärgern, willst irgendwas nehmen, was ich dann nicht verwende, oder was? Richtig. Ich finde das. Ein Tester. Kann man nicht kaufen. Okay, jetzt sind wir bei LOV angekommen. Max, was Gescheites. Was könnte der Mama gefallen? Überleg mal. Die sehen ja toll aus. Irgendwas günstiges. Okay. Was gefällt dir? Oh Gott, sieht das edel aus. Schaut mal. Hey, die sind reduziert. 2,95 Euro. Bist du Tester? Ja. Perfekt. Nee, Tester darf man nicht kaufen. Such mir den hier aus, Max. Warum den hier? Weil ich glaube, der ganz gut ist. Okay. Der Max hat mir was ausgesucht. Die Foundation hier soll so gut sein, ne? Habe ich gehört. Hat die jemand von euch? Ich würde die gerne mal austesten, aber ich habe gesehen, dass Maybelline jetzt eine ganz neue hat. Da gehen wir jetzt mal zusammen hin. Da ist er, der Aufsteller von Maybelline. Und, ähm. Hier gibt es einiges Neues. Und das ist die Foundation, die ich gemeint habe. Die würde ich gerne mal austesten. Ich gucke jetzt mal, welche Farbe zu mir passt. Das sind die verschiedenen Nuancen. Und ich denke, ich nehme die 30 mit. Ich swatch die mal eben. Passt von der Farbe total gut. Wie gesagt, das ist die 30 und die nehme ich jetzt mal mit. Das ist Dumbnail. Voll cool. Der DM hier hat eine Nix-Theke, die wir nicht haben zu Hause. Also. Richtig cool. Juhu. Und der Max hat vorhin gesagt, er kauft nix von nix. Okay. Leider gibt es hier keinen Tester. Die finde ich nämlich total interessant. Aber, wie gesagt, ich habe mir ja eine neue Palette erst gekauft. Schade, schade. Schade Schokolade. Und hier geht es noch weiter mit den Paletten. Ach, und die habe ich auch. Ja. Den weißen finde ich schrecklich. Habe ich euch auf Snapchat erzählt. Die anderen habe ich noch nicht getestet, bis auf den hier. Den finde ich total schön. Das Packaging ist halt voll edel, ne? Aber die kosten ja auch 11,95 Euro. Dann hat man schon was Edles. Und hat Freude daran, wenn einem die Farbe gefällt. Wie gesagt, mir gefällt die nicht. Ach, und hier ist meine liebste Mascara von L'Oreal. Die False Lashes X Fiber Mascara. Jo. Okay, gehen wir mal weiter gucken. Was hast du denn jetzt? Ein Smoothie? Hast du Zahnschmerzen oder was? Brauchst du Babybrei? Ach ne, das ist ein Smoothie. Magst du den haben? Der Max, ey, der macht mich fertig. So. Wir haben noch so viele Fragen. Hier noch eine Frage. Wir machen gerne noch mal ein Live-DM-Hoff. Ja, aber ich habe hier noch eine Frage. Du hast noch eine Frage, okay. Von Max Mio. Okay, kenn ich nicht. Ich kaufe dieses Produkt, das muss man jetzt hören. Und esse es nach deinem Video bei der Verabschiedung. Max Mio ist der Max, ne? Auf Snapchat. Der verarscht mich schon wieder. Ja, ich soll das hier bei der Verabschiedung essen. Das habe ich das letzte Mal schon bei der Verabschiedung gegessen. Das schmeckt geil. Ja, du kannst es essen. Nee, danke. Die Frage hat gesagt, du solltest es essen. Okay, ich esse es dann später bei der Verabschiedung. Also, jetzt geht es erstmal zur Kasse. 30,30 Euro. Und wir haben wieder so einen schicken Beutel dabei, ne Max? Ja. Ich habe ihm diesmal den YouTube-Beutel erspart. Okay, da ist der Beutel. Und der Max, der zwingt mich jetzt, diesen blöden Riegel zu essen. Ja, richtig. Es nervt mich. Wartet mal. Ich muss den erstmal hier besuchen. Ich krieg das nicht auf, Max. Okay, hat sich erledigt. Ich muss den Riegel doch nicht essen. Also. Es geht nicht mit einer Hand. Wartet mal. Oh Gott, das ist so eklig. Außerdem sollten wir doch damit was zu essen machen. Ich beiß nur einmal rein. Du musst danach sagen, schmeckt geil, oder? Ja. Ja, schmeckt voll geil. Oder. Oder? Okay, das reicht, ne? Aufgabe erfüllt? Ja, direkt. Jetzt isst du schlecht. Nee, danke. Ja. Okay, wir wollen eigentlich noch Tschüss sagen. Aber. Ich kann nicht, weil ich hab was ganz Schreckliches jetzt gegessen. Wir sagen zu Hause Tschüss, oder jetzt? Ja. 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 Ja, das ist die ganze Zeit so. Ja. Ja, ja. So meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Nicht wundern, der Teppich gehört da nicht hin. Ja, ja. Ertanbäum ist auch noch da, aber wenn ihr dieses Video seht, dann ist das alles schon wieder verschwunden. Wenn ihr das Video vom Sonntag gesehen habt, dann wisst ihr, warum da ein Teppich liegt, ein neuer Teppich. Wir sind jetzt auf jeden Fall wieder da von unserem dm Einkauf. Da sind die Produkte. Und hier sind meine beiden Jungs. Der Max, der testet da gerade auf dem Tisch noch seine neue Kamera. Deshalb liegt hier die Decke, damit der Kamera nichts passiert. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns jetzt mal hier an dieser Stelle von unserem Live-DM-Hall. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und dass ihr Spaß hattet beim Zuschauen. Wie fandet ihr es, Jungs? Es saubert sich. Es saubert sich. Nicht. Das nächste Mal nehme ich dann doch ein Kissen mit für Max, ne? Okay. Also gut, meine Lieben. Dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend oder Tag. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Bei uns ist ja schon dunkel. Ihr könnt es sehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss!